Union bereitet Rente mit 70 vor. Deutsche sollen länger schuften bis zum Umfallen. Wollen sie das auch oder lieber nicht doch früher in Rente gehen? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Die Woge der Aufregung über die Berichte der Bild-Zeitung, dass die SPD die Rente mit 63 abschaffen will, hört nicht auf, meine Damen und Herren. Ich bekomme hier ganz, ganz viele Anfragen über YouTube und auch Internet rein zum Thema Rente mit 63. Was ist da eigentlich los in der Politik? Spielen die da alle verrückt? Spinnen die wirklich nur noch herum? Da geht das schon wieder los oder die nächsten Nachrichten. Die Union, CDU, CSU will die Rente mit 70 einführen und dafür sorgen, dass die Menschen in Deutschland bis zum Umfallen arbeiten sollen. Getreu dem Motto, die deutschen Arbeitnehmer sind Arbeitstiere, die für die Wunderheilung des Sozialstaates und der Rentenversicherung weiterarbeiten und zwar bis zu ihrem Tode, also quasi bis zum Umfallen. Alle Konzepte kommen aus der Mottenkiste. Liest die Union keine aktuellen Arbeitsmarktberichte und Forschungsergebnisse über die Entwicklung der Arbeitswelt? Glaubt die Union allen Ernstes, dass sie mit diesen Konzepten aus der Vergangenheit die Probleme der Gegenwart und Zukunft löst, indem der unaussprechliche Irrsinn einer Rente mit 70 alles ernsthaft richten soll? Kann eigentlich alles gar nicht sein. Jeder weiß, die Rente mit 70 ändert am grundsätzlichen Problem der Überalterung der Gesellschaft überhaupt gar nichts. Arbeitskräfte fehlen, die Rente mit 70 macht doch die Arbeit nicht attraktiver, sondern alles noch viel, viel schlimmer. Die Rentenabschläge werden für die Leute ins Uferlose steigen. Altersarmut ist vorprogrammiert. Denn wer kann denn schon, welcher Mitarbeiter auf dem Bau will denn schon tatsächlich mit 70 noch arbeiten? Das ist doch völliger Blödsinn. Oder eine Krankenschwester oder Krankenpfleger im Krankenheim, der Krankenhaus kann doch auch nicht bis 70 arbeiten. Also CDU, CSU, meine Damen und Herren, hören Sie bitte mit diesem Blödsinn auf. Sie haben von Rentenrecht null Ahnung. Man mag staunen, in Großbritannien, sogar in der USA, werden aktuell in vielen Betrieben die Vier-Tage-Woche bei vollem Lohnausgleich eingeführt. Warum wohl? Weil man Menschen länger in Arbeit halten will. Man will das alles attraktiver machen. Aber, meine Damen und Herren, da muss man sowas in Deutschland auch mal einführen. Muss ich mal an die Nase fassen und fragen, warum viele Menschen aus Europa so einen großen Bogen um Deutschland machen. Wir sind nicht das super Einwanderungsland und schon gar nicht das super Arbeitsland. Bei uns in Deutschland ist es nämlich so, dass die bestehende Arbeit auf immer weniger Schultern verteilt wird und macht die Menschen einfach nur noch kaputt und krank. Ja, wundern Sie sich denn nicht, liebe Leute von der CDU, CSU und SPD, warum die Menschen mit 63 oder mit 64 in Rente gehen wollen. Weil sie einfach nicht mehr können und kaputt sind. Ja, und das liegt nicht nur daran, dass wir hier eine Rente mit 63 haben, sondern es liegt einfach auch daran, dass Arbeitgeber einfach die Leute kaputt spielen. Und deshalb wollen viele Menschen einfach nur so schnell wie möglich eine Rente. CDU, CSU, hören Sie auf zu träumen und uns mit Ihren konservativen Vorschlägen aus der Steinzeit zu nerven. Der Arbeitsmarkt und die Bedingungen müssen endlich in Deutschland besser werden und auch die Bedingungen für Menschen im Alter weiterzuarbeiten. Den ersten Schritt haben wir ja getan. Die Hinzuverdienstgrenzen für vorgezogene Altersrenten fallen ja 2023 Gott sei Dank endlich weg. Hat ja auch Jahrhunderte gedauert, bis wir endlich mal auf diese Idee gekommen sind. Ich finde, dazu gehört auch, dass die Rente nicht nur 12 Mal im Jahr gezahlt wird, sondern 13 und 14 Mal im Jahr gezahlt wird. Genauso wie in Österreich. Und selbstverständlich brauchen wir eine einheitliche Rentenversicherung, in denen alle Zahlen einzahlen. Auch die ganz schlauen Politiker von der CDU, CSU und auch die Arbeitgeberpräsidenten, die auch immer in dasselbe Horn hineinblasen. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de oder auf unserem YouTube-Kanal. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.